So, meine Damen und Herren, wir sind wieder hier bei Naruto Shinobi Striker und man hatte ja die ehene Mission mit Rock Lee, also ein persönliches Training mit ihm zu haben. Und wenn du die Mission abgibst, quasi wieder bei Rock Lee, kannst du Rock Lee als Meister quasi freischalten. Und es wird eine neue Mission freigeschaltet, und zwar einfach mit gestohlenen Schriftrollen. Und zwar ist es eine Rang D-Mission, Stiel, die verbotenen Schriften. Da bin ich ja mal gespannt. Jemand hat die verbotenen Schriften gestohlen. Wenn sie in die Hände von jemandem aus einem anderen Dorf geraten sind, könnte das der Auslöser für einen Großkrieg sein, der alle Dörfer betrifft. Beeil dich, stelle die Feinde und stiel sämtliche Schriftrollen zurück. Ah, ja. Okay. Dann wollen wir mal. Und ich muss dazu gestehen, ich habe vorher erstmal noch eine Runde gespielt, um wieder reinzukommen. Weil wenn du so viele Unterschiede der Spiele spielst, da kommst du ja komplett durcheinander. Ich muss dazu vis说 bis dahin. Wow. Wow So, ich brauche erstmal wieder ein bisschen energy heal. da war ich noch ein bisschen ich hätte das mal nicht alles eines wird troll zurückgestohlen okay und da ist der nächste wauw wauw Das ist der Spot. sehr schön wir haben auch noch ein bisschen was der kuno arbeit geil wow 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 ja oh gott Was? Oh, du dilde! Die Amateur macht ja alles alleine. Das ist doch schade. So, wieviel Schriftrollen müssen wir noch? Ja! 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 Ja, Mato, kommst du mal raus aus deiner Höhle? Ja! Ja! Oh, Gott! Du, 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 du! Oh, fuck, man. Oh, man. Ich bin da noch ein bisschen sehr unsicher. Aber oh gut. Es klasse. So, Yamato. So, mal gucken, ob wir jetzt so wieder was freischalten. Hochwertige Schrift. Wow. It's very good. Sasuke Röckermann. VR-Meister. Rock Lee, da ist er. Oh, Shibaru. Da gucken wir uns das nochmal. Nee. Season Pass. Kauf dir einen Season Pass. Nein, möchte ich nicht. Welcome. Welcome. Kampfausrüstung wechseln. Na ja, ist er jetzt noch nicht. Ultra-Vasivan, Kunst des Tausches, Schatten-Doppelgänger, Katzenohren. Oh, nee. Ja, die HF habe finde ich gut. Gut, dann sehen wir uns. Hä? Mal hatten wir. Scheiße. Thanks for coming. Schriften. Hochwertige Schrift. Einfach Schrift. So, meine Damen und Herren, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, haut rein. Bis dann. Tschüss.